Frau Niesel hat es ja angedeutet, dass hier ganz außerordentliche Stücke zu hören sind. Es gibt eine Kultur von Musiken, die durch Computerspiele bekannt geworden sind. Ich selber habe sie nicht im Ohr, aber ich habe mich damit beschäftigt und auch sehr gefreut, viele wirklich tolle Klavierstücke entdecken zu können, die vor allem die Jugend im Ohr hat. Der Komponist Takeharu Ishimoto hat nicht nur dieses eine Stück geschrieben, es gehört zu dem Spiel Final Fantasy. Also ich selbst spiele es nicht, aber es ist ein sehr gängiges Computerspiel. Dieser Komponist ist 1970 geboren und hat schon für zahlreiche Spiele schöne Musiken entwickelt. Dieses ist im Original kein Klavierstück, klingt aber sehr schön. Wir hören Lisa Böhm aus Rot. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020